Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Übertrieben-Fresh-und-Knackigen-Kanal, den ihr eigentlich schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf Gia vs. Pisek. Ich freue mich darauf zu reagieren. Freunde, ein Zuschauer hat uns das Battle auf Instagram geschickt und meinte, das könnte ganz interessant sein. Und das ist relativ kurz, Freunde, 2 Minuten 18. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. Freunde, manchmal sind die kurzen Battles die knackigen Battles. Na so. Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Bruder, Gia erinnert mich ja richtig an 2020, Fiellinge, Alter, mit den Haaren. Bruder, was war da los? Gia, Gia, Gia. Ich fühl mich auf dem Video auf nem fliegenden Teppich. Ja, der Kingmann so rappisch. Dich kehre ich unter denselbigen Teppich. Du Fettsack, du Opfer, du kannst nichts. Du schaust zu mir auf und sagst, Mann, verdammt, ich würd gern so schön sein, so fresh sein, so skillvoll. Aber du bist einfach ein Vielfraß, viel zu voll. Dein Bauch, deshalb kannst du nicht sprechen. Gia, guck, Gia, muss beim Rappen rekordest rechnen. Hey. Okay, ich muss sagen, das war schon stark vom Flow, aber leider kein Punch drin, ne? Gar nicht, ne? Kein Punch drin, aber trotzdem kreativ. Ist das so im Hintergrund. Cool, Savas? Ja, ne? Ne? Der sieht doch übertrieben so aus, das müsste der sein. Das müsste der sein, ey. Ne? Hast du gut erkannt, Alter, so. Okay, wir gucken, was Pisek jetzt macht. Let's go. Junge, merkst du nicht, dass du einfach schlecht bist? Du bist wie das Mittelalter, die 40 Technik. Yeah, du bist ein Kassapack. Dein Lebensinhalt ist einfach wie Nickelauder. Abgebrannt. Yo, ich bin heute nur in Westform. Junge, du siehst mit deinen Haaren aus wie Aussie Osborn. Yeah, ich bin ein Battles Machine. Weißt du was? Er sieht aus eher wie Ferris MC. Hey. Oh, okay, ich muss sagen, Piseks Runde war bisher stärker. Viel stärker. Vom Flow her natürlich G, aber mit dem Flow gewinnt man kein Battle so. Ja, so. Und dementsprechend war Pisek jetzt auf jeden Fall stärker mit den Punches und alles, Digga. Ey, 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 ey. Mann, du sagst, ich wär so wie Ferris MC. Ich bin wie damals Boris, du besiegst mich im Tennis League. Ich mach den Aufschlag direkt in dein Gesicht. Guck mal, Pisek, du bist einfach ne Bitch. Ich geb dir nen Sprit, jetzt mit meinem Infra-Rap. Und der Zettzack schlägt immer noch im Kinderbett. Und hat nen Teddy dabei. Guck mal, das ist einfach kein Sex, sondern ein Priest, alle Leute. Okay, ich muss sagen, das mit dem schläft immer noch im Kinderbett war unterhaltsam. Das war nice. Ja, aber da ist jetzt nichts von G, wo ich sag so, wow, der rasiert Pisek gerade. Weil von G ist man einfach zu krass viel gewohnt, Alter. Es ist aber auch schon sehr, sehr alt. Man sieht seine Qualität. Stimmt auch. Vielleicht ist er vom Niveau her heute einfach viel, viel stärker geworden. Oder er hatte an dem Tag vielleicht nen etwas schlechteren Tag. Ja, Hammann, Champsys. So. Oder es kommt gleich noch, wir gucken. Du bist mein bester Freund, vielleicht der beste Barkeeper. Aber nach dem paar Tag warst du mir Lieder. Denn es ist dicker Schwanz gegen Vagina. Das ist Playstation 5 gegen Amiga. Also, aber einfach keine Scheiße, egal auf welche Weise. Guck mich an, wie ich dich zerreiße. Und in deinem Gesicht bildet sich schon langsam so ne Fäule. Schaum kommt aus dem Mund. Was ist denn mit dir los? Guck Pisek übergeben auf sämtlichen Klos. Da ein Kotz weg, da ein Rott weg, da noch bisschen Spucke. Alter, du bist hässlich und sie feiern meine Bucke. Halloween ist vorbei. Er sieht wie ein Horror aus. Denn dein Face ist schlimmer als ne verdammte Holocaust. Lapper, einfach kein Kack. Egal, wie ich mach. Es macht einfach nur mal zack, 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 zack. Junge, yeah. Du bist ein Star, du bist der Soundgraf. Mehr Mann als du ist sogar Walter vom Frauenklass. Du wurdest schon als Kind geknallt. Deshalb sieht auch dein Arschloch aus wie ein Windkanal. Stopp! Boah, Digga. Zum Schlecheren, zum Goat oder so, weißt du? Aber ich denke mal, er war damals auch schon sehr, sehr stark. Ich denke mal, wirklich, er hat da einen schwachen Tag gehabt. Kann auch sein, Digga. Kann gut sein. Oder der Beat hat nicht gepasst. Aber Pisek ist auch ein schlecht, Digga. So, Pisek ist natürlich auch ein sehr, sehr starker MC. Ja. Und leider haben wir keine Entscheidung gesehen. Was denkst du, wer hat gewonnen? Pisek, ey. Ich denke auch, Pisek wird das Ding gewonnen haben. Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, dann lasst gerne ein Abo. Da würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Outro